Die heutige Universität der Künste hat Tradition. Sie entstand als Hochschule der Künste durch den Zusammenschluss teils sehr alter Vorgängerinstitutionen. Auch ihre Bibliothek gründet auf eine lange Geschichte. In der Tradition der Vorgänger gehört sie zu den ältesten Bibliotheken Berlins. Die Universitätsbibliothek ist wie die Hochschule dezentral organisiert. Die Abteilungen bzw. Fachgebiete befinden sich an sechs Standorten bei den Fakultäten Bildende Kunst und Architektur in der Hardenbergstraße. Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation am Einsteinufer. Design in der Straße des 17. Juni. Musik und darstellende Kunst in der Fasanenstraße. Erziehungswissenschaften in der Bundesallee. Neue Medien in der Grunewaldstraße. Das Angebot der Universitätsbibliothek präsentiert sich sehr vielfältig. Rund 380.000 Bücher, Zeitschriftenbände und Noten stehen den Nutzern zur Verfügung. Hinzu kommen über 126.000 audiovisuelle Materialien wie Schallplatten, Videos, Dias, CDs und DVDs. Musik muss man hören, Kunst oder Film muss man sehen können. Abteilung Bildende Kunst, Gestaltung und Architektur in der Hardenbergstraße. Die Bibliotheksabteilung Bildende Kunst befindet sich im 1902 fertiggestellten Gebäude der ehemaligen Hochschule für Bildende Künste. Die Geschichte dieser Ausbildungsstätte reicht zurück bis zur Gründung der Akademie der Künste 1696. Der Lesesaal enthält die Wendeltreppe, Empore und andere Einbauten aus der Bücherei der Unterrichtsanstalt des alten Kunstgewerbemuseums. Heute sind hier Bestände zur Bildenden Kunst, Kunsterziehung und Architektur mit zahlreichen Raritäten, Büchern und Zeitschriften und die Diathek untergebracht. Die rund 80.000 Dias sind alphabetisch nach Künstlern oder Orten aufgestellt und zeigen Abbildungen zu den Themen Bildende Kunst, Architektur und Theater. Soweit es die begrenzten räumlichen Verhältnisse zulassen, stehen neuere Buchbestände frei zugänglich in systematischer Anordnung. Die jeweils aktuellen Jahrgänge der Zeitschriften liegen im Zeitschriftenregal aus. Auch die gebundenen letzten Zeitschriftenjahrgänge stehen im Freihandbereich. Gewünschtes wird mehrmals am Tag herausgesucht oder nach der Benutzung zurücksortiert. Da alle Magazine vor Ort längst überfüllt sind, gibt es ein zentrales Sammelmagazin für die ganze Universitätsbibliothek. Weniger häufig benötigte Bestände und auch die ganz wertvollen und seltenen, meist noch aus den Vorgängerinstitutionen stammenden Bestände mit Büchern bis zurück in das ausgehende 15. Jahrhundert stehen hier. Ein anderer Teil des historischen Erbes wird in einem umfangreichen Bestand an Akten und künstlerischen Einzelblättern im Universitätsarchiv aufbewahrt, das der Universitätsbibliothek organisatorisch angegliedert ist. Ein Kurierdienst sorgt für den Transport der gewünschten Materialien. Mit der Einführung der EDV hat sich in der Bibliothek viel verändert. Nahezu jeder Mitarbeiter hat an seinem Arbeitsplatz inzwischen einen Computer. Viele Arbeitsvorgänge sind einfacher und schneller geworden. Die notwendige technische Ausstattung verschärft allerdings auch die ohnehin beengten räumlichen Verhältnisse. Seit 1992 werden alle neu erworbenen Materialien elektronisch erfasst. Auch ein Teil des älteren Bestandes ist bereits entsprechend bearbeitet worden, sodass Zettelkataloge in den meisten Bibliotheksabteilungen nur noch gelegentlich konsultiert werden müssen. Von jedem Internetanschluss aus kann man in Ruhe im Online-Katalog recherchieren, vorbestellen, sein Ausleihkonto überprüfen oder entliehene Materialien verlängern. Die im Freihandbereich stehenden Materialien können selbst herausgesucht werden. Nicht-frei zugängliche Bestände und online bestellte Materialien werden von Bibliotheksmitarbeitern herausgesucht und in einem Regal für den Benutzer bereitgestellt. Nach Feststellung der Ausleihberechtigung werden die Bestände für die Ausleihe verbucht. Die Webseiten der Bibliothek bieten nicht nur einen Zugang zum eigenen und zu fremden Katalogen, sondern informieren auch über den Aufbau der Bibliothek und ihre Bestände, über Neuerwerbungen oder aktuelle Öffnungszeiten. Die Universität der Künste veröffentlicht in ihrem Verlag eigene Publikationen, die von der Bibliothek vertrieben werden. Der Barverkauf erfolgt in der Abteilung Bildende Kunst, wo auch alle erhältlichen Veröffentlichungen eingesehen werden können. Abteilung Musik und Darstellende Kunst Die Fakultät Musik zählt zu den größten musikalischen Ausbildungsinstitutionen Europas. Die 1869 gegründete Musikhochschule erhielt ebenfalls 1902 gleichzeitig mit der benachbarten Kunsthochschule ein neues Gebäude, in dem sich heute die Abteilung Musik und Darstellende Kunst befindet. Dieser hält einen großen Fundus an Musik, Tanz und Theaterliteratur sowie an Notendrucken bereit und besitzt den umfangreichsten und historisch bedeutendsten Bestand unter den deutschen Musikhochschulbibliotheken. In einer musikalischen Ausbildungsstätte haben neben Büchern und Zeitschriften vor allem Musiker Praktika eine große Bedeutung. 82.000 Notenbände überwiegend mit Kompositionen aus dem Bereich der E-Musik stehen für theoretische Studien und praktisches Musizieren zur Verfügung. Es gibt Stimmenausgaben für Kammermusik, aber auch hunderte von Orchester- und Chormaterialien für große Ensembles, wo jeder Musiker seine eigene Notenstimme erhält. Allein 35.000 analoge und digitale Tonträger stehen neben zahlreichen Videos und DVDs zum Thema Musik und Theater zur Verfügung. An entsprechend ausgestatteten Nutzerarbeitsplätzen können die Medien angesehen und angehört werden. Abteilung Neue Medien Die Abteilung Neue Medien der Universitätsbibliothek ist in enger Verbindung mit dem Medienzentrum der UDK entstanden. Sie versorgt fach- und abteilungsübergreifend alle Bibliotheksbenutzer mit Filmmedien. 23.000 Videotitel vom Werbespot über fachlich relevante Filmbeiträge bis zum Spielfilm, aber auch zunehmend mehr DVDs stehen für Interessenten zur Verfügung. Alle Medien können hier vor Ort angesehen werden. Aber die sind beide verbunden schon mit dem Fernseher. Ja, hier natürlich das Video. Okay. Zwei Multimedia-PCs zur Filmbearbeitung und ein Platz zur Nutzung des Internets ergänzen das Angebot. Der Lesesaal enthält das hier zusammengeführte Literaturangebot der Universitätsbibliothek zu den Themen Grafikdesign, Film, Neue Medien und Fotografie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017